Spannende Musik 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 Spannenden Musik Spannende Musik Leute, das erste mal, dass wir uns mal was trauen, während Leute drauf sind. Vorhin waren 10 Leute drauf, das war dann zu riskant. Jetzt sind nur noch 4 drauf und die werden wahrscheinlich auch gleich gekickt. Okay, Leute, wir joinen jetzt. 3, 2, 1. So, bin drauf. So, okay, bin drauf, bin drauf. Oh mein Gott. Direkt zu nicken, direkt zu nicken. Nee. Nee. Alter, nicht, dass man streamst ja wahrscheinlich. Hier generell snapt. Ja, hier steckt gemeinde, gemeinde lebt, lebt. Hey, komm, ey, hey. Hier war noch keiner, hier war wieder keiner. Nice, BBG. Ganz kurz, wir brauchen einfach das Licht, nicht reinspringen. Äh, warte, zauberte Span, Sorkbench, Öfen. So, dann weiter crippen, würde ich sagen, ja. Okay. Hier jetzt auf den Schwerdbekommen, Rückschluss, Rückschlussbahn. Das würde ich auf den... Gib mir doch. Ja, stimmt. Aber trotzdem muss ich gerne was anderes drauf schauen. Äh, oh, ähm, wo ist das LAP, das hast du. Ja, ich weiß, das würdest du drauf bekommen. Äh, achso, stimmt, das hätte ich gucken können. Ähm, sharpness 1, sharpness 1, das, äh, also sharpness 1, sharpness 1, das andere wird mit angezeigt. Weil sharpness 1 wäre für mich gut, weil ich hab'n ganz normal sharpness 1 Schwert, dann hätt' ich sharpness 2. Ich hab' schon schärfe 3 Grüße. Äh, ich glaub, du hast den Ambust, ne, ich hab' ihn. Sorry. Darf ich mir schärfe 2 machen? Danke. Ich hab' schon schärfe 3. Ja, also. Also, natürlich. Natürlich nicht. Was erwartest du denn? So, jetzt soll ich auf Haltbarkeit gehen? Oh, ich hab' keine Leiderwild mehr. Ja, dann geh' ich grad nochmal kurz auf Leiderwild. Fahrmst du dann weiter nach Dias? Äh, ne? Oh, ich dachte grad, ich hätt' da oben einen Namen ges- Nice. Oh Gott, Alter. Aber sehr gut, die Typ. Ach, lol. Sehr gut, die Typ. Das ist dieser Typ, ähm, der auch direkt tot als Titel genommen hat. Weißt du, ich hab' nicht mal an? Ja. Naja, stimmt, 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 stimmt. Tera. Beinu, was kommt mir drauf? Ja, ich hab' ich. Ja, ich hab' mit Karten zugefügt, na, da hab' ich nicht mal drauf. Nee, ich hab' mit Karten zugefügt, na, äh, der hat einfach nicht in den Teil genommen, mit mir, warum? Alter, ich nehm' einfach hier auch rechts, dann mit einfach nur Verletzung. Ja, mach' ich raus zuerst. Ja. Jetzt hab' ich da auch'n paar Levelchen. Oh, jetzt hab' ich da auch'n paar Levelchen. Äh, Leute, wie geht's wieder raus? Warum? Wo sind denn? Ähm, excuse me? Hä? was denn hier drin verliert ich hab ja wirklich von da oben ja das stimmt ich muss gerade an den wandel denken erste folge oh mein gott sind das viele skelette jetzt so ja lass mal trennen so mit ihr sieg mit mir und als und hier gott zack 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 zerstört oder es ist wer denkt warte irgendwas ist gerade bei mir ja tach toll nur teams 999er ping rip ich mach mir jetzt gleich auch ein schärfe 3 schwert wenn ich es denn kriege du könntest mal ganz kurz gucken was du auf diesem schwert bekommen könntest haltbarkeit und schärfe dann mach schärfe bitte schärfe einmal komm sofort zum hier essen oder zum mitnehmen zum hier essen bon appetit danke was würde ich denn jetzt nochmal auf die satte stellen naja dann kann habe ich gleich schärfe 3 haltbarkeit 1 wenn ich genug level hätte oh mein gott ich könnte in schärfe 2 wert verzaubern wenn ich auf level 7 bin ja grüße ich geh jetzt mal level fahren ich hab kein essen mehr noch ach so stimmt warte ich geb dir was nicht danke da müssen wir nämlich ich meine keiner von uns hat eine dir sache hast du ein setzling ja habe ich schärfe 3 macht dann gucke ich einfach dass ich mir möglichst schnell schärfe 4 machen kann aber ich habe so viel Müll im Winter oh nice da hast du glaube ich gekickt oder hat verlassen sein mate ist immer noch drauf und auch immer ja das ding ist halt hier ist keiner wollen wir eine kiste aufbauen oder glaubst du das ist zu riskant ja aber nicht die mega guten sachen reintun oder ja ich hab jetzt schon mehr als 2 Leute diese Folge wird wahrscheinlich etwas kürzer weil wir farm halt die ganze Zeit und ja was was erwähnen oh oh lol direkt neben uns war die ganze Zeit ein jahr lang Gold ich war da wo wir halt vorhin waren wo du Gold gefunden hast ungefähr da bin ich grad gewesen in der Perle ernsthaft nice ja lol als ob das direkt hier ist also 0 wie viel Level hast du? 7 ich hab irgendwie wasser oder so wollen wir uns dann einfach hier ausloggen können wir machen oh Gott das sind nur noch 5 Sekunden scheiß auf ganz ehrlich scheiß auf machst du zu? egal ändert ein bisschen hä? was denn? okay äh mein Ding ist grad noch nicht neu geladen und ich hab grad nur gelesen dass bei Novo noch rum so aber wollen wir hä? ja Gartens gg wir sind alle tot Ende ciao schwarz so Leute das war die andere Folge und dann würde ich mal sagen dank fürs zuschauen die dritte Folge ja die dritte Folge so Leute das war die dritte Folge dann würde ich mal sagen dank fürs zuschauen und ein eisig kaltes ciao 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 f f f f f f f f f Untertitelung des ZDF, 2020